Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 215. Folge von Let's Play, auf Sie zweit an der Busimulade mit mir, Eurim Jürgen Rieser. Wir sind zurück von der Themenwoche Arlheim-Lauchensbach updated und fahren jetzt die letzte zweistellige Taglinie und zwar ist es die Linie 30. Sie führt uns vom Weihasee nach Heidemitte. Fahrzeug ungefähr zwischen 10 bis 15 Minuten. Unser Fahrzeug ist der MAN Overhaul 10G A21 Zweitürer Euro 6 Void. Wir fahren im SWK Griffrad Repaint. Das Wetter ist Stuttgart, wir fahren jetzt auch direkt los und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. Bitte abfahren. Nächster Halt, Weilerstadt, Mittelstraße. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Linie 30. Sie führen uns vom Weihasee nach Heidemitte. Mein Name ist Jürgen Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer und werde Sie sicher am Veramtsnacht durch das schöne Arlheim- und Lauchensbach begleiten. Falls Sie irgendwelche Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir da vorne kommen. Deswegen schließe ich Ihnen auch als Busfahrer jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe euch alle da draußen geht es soweit gut. Mir geht es auch dementsprechend gut, kann mich nicht beklagen. Also ich habe mal nachgesehen, danach kommen noch 10 Taglinien dran. Und danach, die Nachbuslinien sind es glaube ich 5 oder 6 Stück, so zwischen 5 bis 7 Nachbuslinien sind es. Wenn ihr die gerne sehen möchtet, einfach gerne wie immer in die Kommentare schreiben. Hallo der. Du hast du das? Du hast du nicht, wie immer in die Kommentare schauen. Alt-Meiner-Stadt-Fahrt-Kopf-Kopf. Bestimmt hier war ja 30. Und ich halte sie wieder durch wie ein Irrer. Also bis diese Themenwoche vorbei ist, muss ich noch insgesamt rund 15 Linien fahren. Und danach ist die Themenwoche auch wieder vorbei. Und danach fahren wir auf der nächsten Karte. Und keine Sorge, von den anderen Spielen kommen auch noch Let's Plays dran, wie vom Euro Truck Simulator 2 oder auch vom American Truck Simulator. Hallo. 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 Eine Kurzstrecke bitte. Eine Kurzstrecke für Sie. Jo, danke Ihnen. Bitte schön daher. Hab ich's auch sehr gerne gemacht. Ich hab es jetzt noch mal gescht? Dann, wo ich jetzt hohen kann. Ich hab's noch gar nicht, was ich gerne mal machen kann. Was ich schon mal vertreten? Und das ist noch mal ganzhmm. Ich habe die Übergabe und das ist noch nicht so gut. Wenn die Fläche sehen, ich will viele Leute gehen. Also die ganzen zweistelligen Linien, die ich euch vorher gezeigt habe, die sind alle hier im Bereich Alheim und die 800er Linien befinden sich im Kreis Laurensbach. Hallo. Hallo. Nächste Sache ist Berghauberstraße. Noch ein Kollege? Ja, das ist ein Kollege. Okay. Sehr verehrter Fahrgäste eine Information. Bitte setzen Sie sich hin und schneiden Sie sich an, weil jetzt fahren wir über die Autobahn und jetzt wird richtig durchgeheizt. Und heizen! Ach so, der Bus kann nicht schöner als 73. 73,3 kmh, okay. Da ist er gedrosselt. Ist auch ein 10G-Bus, ne? Also da dürfen wir uns nicht beschweren, wenn der Bus nicht mehr schafft. Nach dieser Tour zeige ich euch die erste dreistellige Linie und zwar ist es die Linie 811. Und danach noch Zeit ist noch die nächste Linie. Und hier noch. Und hier noch. Boah, diese Abbiegefallen, ich habe das gerade gesehen, wäre ich jetzt auch abgebogen, dann wäre ich vorher keinen D reingefahren. Deshalb immer aufpassen und Augen auf im Straßenverkehr. Okay. Falls ihr Wünsche habt, also welchen Bus ihr gerne sehen möchtet oder für euch ich gerne fahren soll in einem dieser Linien, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare oder falls ihr Busmodder seid und ja gemoddete Busse habt und ich sie in den Let's Plays zeigen soll, dann schickt die mir gerne per Privatnachricht auf Discord. Und ich verspreche sie an niemanden weiter zu schicken, weil das tut man auch nicht. Hallo der Herr! Ein Ticket! Und was für ein Ticket? Auch ein normales Ticket! Bitteschön! Diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank fürs Mitfahren auf der Linie 30. Wir würden uns sehr freuen, Sie bald wieder als Fahrgast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Ersteckung! Ersteckung! Also meine Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Dabeisegen.